Jo Leute was geht willkommen zurück zu Elden Ring mit einem neuen geilen Bild genau nach meinem Geschmack mit dem Wächter Schwert Speer zeige ich erstmal was der kann und dann gehen wir ein bisschen näher auf dem Bild ein Goldener Schwur, Flamme gibt mir Kraft und Arznei rein und dann Angriff hier auf meinen Lieblingsgegner und jetzt geht das gespame los Donnerblitz Angriff Angriff Donnerblitz wer mich auch nur ein bisschen kennt weiß das genau nach meinem Geschmack von hinten stehen ein Button drücken wie ein Wilder und damit den Gegner besiegen also das ist der Wächter Schwert Speer den ganzen das ganze auf solide mit der mit dem Talent Donnerblitz das hier ist das Talent Donnerblitz das auf solide und dann habt ihr ein Scaling auf A auf Geschicklichkeit weil wie man natürlich weiß ich wusste das natürlich auch scaled Blitz und Donnerschaden mit Geschicklichkeit deswegen habe ich mich auch gerespeckt bei Ranella und habe erst 95 Geschicklichkeit und ja da könnt ihr richtig schön von hinten spam mit dem Donnerblitz das geile ist ihr könnt den Speer auch noch verzaubern könnt den also auch noch elektrifizieren weil das Moveset vom Speer ist auch relativ geil BAM 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 ist ganz cool nicht das krasseste klar aber ist schon ganz cool und wenn ihr keinen Bock habt auf Nahkampf könnt ihr wieder schön spammen im Bild braucht ihr den blitzenden Skorpions Talisman den müsst ihr auch nicht unbedingt nehmen der gibt so wenig an Buff aber zieht euch so viel Verteidigung ab da würde ich tatsächlich sogar vielleicht eher was anderes spielen als den elektrischen blitzenden Skorpions Talisman und lieber noch mal ein bisschen auf Death gehen das karanische Finger filigran Wappen das macht dass die FP Kosten sinken das finde ich immer ganz cool Ritual Schwertalisman ist bei Fernkampf Sachen sowieso immer gut weil der Flat mehr Base Damage bekommt und Scherbe von Alexander verstärkt natürlich das Talent und so das ist im Prinzip schon der Bild jetzt wo ihr die Waffe findet die Waffe könnt ihr ganz einfach gedroppt bekommen ups hier Refugium des Erdendorps dort wo ihr gegen das goldene Godfrey Double kämpft und wenn ihr dann hier raus geht dann gibt es hier diese doofen Baumwächter und die haben die Waffe in der Hand die besiegt ihr einfach und dann habt ihr eine Chance dass sie das droppen ich guck mal gerade ob ich vielleicht noch einen zweiten finde vielleicht kann man das ja auch dual wielden wenn ihr die Waffe auch schon früher haben wollt dann könnt ihr natürlich auch hier bei den Baumwächtern euch holen hier in dem Gebiet gibt es auch einige Baumwächter wo ihr die bekommen könnt und ja lasst mal gerne in den Kommentaren mich wissen wie ihr die Waffe findet gerne ein Like auf dem Video da lassen gerne Kanal abonnieren für die nächsten Videos und bis zum nächsten Mal hol rein nein sondern genau ist